Liebe Handvoll Schweiz Liebe UniHockey Schweiz Dank Pandu, SRV und Swiss UniHockey habt ihr die Möglichkeit, eure Vereinskassen aufzufüllen. Das Prinzip ist ganz einfach. Ihr sammelt Punktesponsoren, d.h. die Leute, die euch pro gewonnenen Punkt einen gewissen Betrag sponsoren. Zum Beispiel, euer Grossi zahlt euch von euren Schweizer Franken pro gewonnenen Punkt. Am Ende der Saison ist der Zahltag und der lohnt sich. Wenn nur 12 Spielerinnen oder Spieler aus eurem Team je vier Punktesponsoren an 5 Franken auftreiben, habt ihr am Ende einen stolzen Batzen von 2500 Franken in eurer Teamkasse. Das klingt nachher eine coole Sache. An alle Handballerinnen und Handballer, falls es euer Team schadet, gar am meisten Punkte sammeln, könnt ihr ein Training mit mir oder mit dem anderen mitbringen. Und auch im UniHockey gibt es coole Preisen, zum gewinnen. Unter anderem ein Training gemeinsam mit mir oder der Isa Gehrig und sogar Superfinal-Tickets. Auf was wartet ihr noch? Viele Folk!